Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute hat mich eine Limited Edition Box erreicht, die sehr wahrscheinlich heute ab 10 Uhr schon online ist. Für Abonnenten und für Nicht-Abonnenten ab 12 Uhr. Und zwar habe ich hier die Glossy Box in Kooperation mit The Flat Lay Company London. Das ist die Summer Bag, die monatlich vor allem jedes Jahr einmal erscheint. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich war ein bisschen überrascht, denn ich habe auch aktuell noch keine E-Mail dazu bekommen von Glossy Box. Ich bekomme die ja ab und an mal im Abo auch, aber Verwirrung. In Kooperation zugeschickt und die habe ich jetzt auch in Kooperation zugeschickt bekommen, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossy Boxen Team vor allem. Normalerweise kosten die, also ich weiß bei der hier das jetzt nicht ganz genau, die Limited Edition Boxen kosten normalerweise 45 Euro. Für Abonnentinnen 35 Euro. Und wenn du Nicht-Abonnent bist, aber meinen Code Claudia Limited verwendest, bekommst du 5 Euro Rabatt. Also quasi bekommst du die Box dann für 40 Euro. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, wie das jetzt dieses Mal abläuft, weil ich halt wie gesagt noch keine Nachricht dazu bekommen habe. Das heißt, wir sind hier wirklich komplett neugierig und wissen überhaupt nicht, was drin ist. Für euch ist es natürlich jetzt auch so eine Sache, ne? Ihr könnt die jetzt kaufen. Ist das nicht cool? Ich weiß es selber noch nicht, ob das cool ist. Wir schauen einfach mal. Und dann haben wir hier einmal den Flyer. Da haben wir eine wunderschöne Frau drauf abgebildet und irgendwie erinnert mich dieses Bild an Kiko. Fragt mich nicht warum. Kiko hat öfters mal, glaube ich, solche Ladies bei sich mit drauf. Also, nein, dieses Design mit diesen Blättern und so. Irgendwie erinnert mich das da dran. Ja, Summer Bag Limited Edition. Und dann lese ich euch mal was vor, wa? Hey Glossy, bist du bereit für deinen Sommerurlaub? Egal, wo es für dich hingeht. Für mich, Balkonien, Terrassien, Bad Maingarten. Und für dich? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Diese entzückende Summer Bag in der limitierten Edition muss mit. In dein cooles, sommerliches Design gehüllt, dient sie dir ab sofort nicht nur als dein praktisches Reise-Beauty-Case, sondern überrascht dich auch im Inneren mit den tollsten Essentials für deinen Trip und darüber hinaus. In unserem digitalen Magazin findest du wie immer alle Informationen zu deinen neuen Must-Haves. Scanne dazu einfach den QR-Code mit deinem Smartphone und hab viel Freude mit deinen neuen Beauty-Schätzen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Diese Tasche geht auf sehr wundersame Art und Weise auf. Zum einen haben wir die Möglichkeit, hier an der Seite einen Klettverschluss zu öffnen und die Produkte hier rauszuholen. Also, ich bin gespannt, wie das nachher ist, wenn sie leer ist. Hier haben wir auch so einen Klettverschluss oder halt hier haben wir einfach so einen Reißverschluss. Also erstmal die Tasche an sich gefällt mir. Ist ein hübsches Design. Auch so ein Produkt hat natürlich seinen Wert. Darf man nicht vergessen. Und dann wühlen wir mal ein bisschen in dieser Bag rum. Als erstes habe ich hier eine Mascara drin. Und zwar Catrice Lift-Up Volume & Lift Mascara in Waterproof Easy Removal. Okay, dann werde ich die mal ausprobieren. Dann kommt die ins Full-Face-Beauty-Boxen für den Monat Juli mal mit rein. Denn eigentlich bin ich überhaupt kein Fan von Wasserfester Mascara, weil ich einfach meine Wimpern liebe, pflege. Ich habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, sie so zu züchten, dass sie halt durch das Wimpernserum, was ich halt eine ganze Zeit verwendet habe, Leben bekommen haben. Und von meinen Schweinsaugenwimpern halt wirklich zu Wawawum-Lashes geworden sind. Und ich bin sehr bemüht, dann auch immer die richtige Mascara dafür zu verwenden, dass sie auch mit Mascara gepflegt werden, auch beim Abschminken gepflegt werden. Deswegen mag ich eigentlich keine wasserfesten Mascaras, weil es das ja immer sehr schwer macht, abzuschminken. Aber das schauen wir uns mal an. Full-Face-Beauty-Boxen Juli. Da ist dieses Produkt mit dabei. Oh mein Gott, jetzt hat die auch noch einen Reim gerissen hier. Gut, das ist ein Produkt, das ist nicht unbedingt was für mich. Ich, also Selbstbrunner-Produkte im Gesicht werden bei mir halt super gerne orange, sodass ich dann aussehe wie ein Umpa-Lumpa. Außer der Selbstbrunner-Booster von Beauty Mates, da könnt ihr mit Claudie 30, 30% drauf sparen. Das funktioniert bei mir halt wirklich gut. Hier ist das, nee, Saint-Tropez, Self-Ten-Purify, 14ml, das sind hier drin enthalten. Das ist halt so ein Bronzing-Water. Ich weiß, dass viele daraus schwören und das auch sehr, sehr gerne mögen. Bei mir funktioniert sowas halt einfach leider nicht. Also ich werde dadurch eher orange und das möchte ich ja nicht, ne? Das ist nicht so. Wer möchte das schon? Dann habe ich hier ein Produkt von Barbour drin enthalten. Lip Color Stick Rouge Alèvre in der Farbe 04 Juicy Red. Okay, das hört sich schon mal sehr schön an. Barbour hatte ich auch schon mal zwei Lippenstifte oder habe ich? Hatte ich? Weiß ich nicht. Auch immer in Glossy-Boxen und so drin gehabt. Sehr pflegend immer. Sehr, sehr angenehm. Da merkst du einfach, dass Barbour eigentlich eher eine Pflegemarke ist. Auch das Produkt kommt bei mir in Zufall-Fest-Beauty-Boxen mit rein. Und das sieht sehr, sehr, sehr bekannt aus, finde ich. Also wo haben wir denn solche Sticks schon gesehen? Bei Alverde habe ich die schon mal gesehen. Bei also allen möglichen Druckerien, Naturkosmetik-Marken auf jeden Fall. Bei Nee, das ist die Make-up-Marke, die ihr bei Dalton kaufen könnt. Und Adeko, haben die nicht auch sowas? Kommt mir sehr bekannt vor, weil die haben jetzt wahrscheinlich auch eher so eine dicke Oschifi. Und ich mag den Duft tatsächlich. Barbour-Lippenprodukte haben echt irgendwie was ganz Besonderes. Das riecht auch sehr, sehr süß. Also es wird, ja, ich habe heute extra mal eine etwas natürlichere Lippe, weil mein Augenlook halt sehr intensiv geworden ist. Der kommt in Zufall-Fest-Beauty-Boxen. Den werde ich ausprobieren. Den finde ich auch sehr ansprechend. Finde ich gut. Weil du halt gleichzeitig die Pflegewirkung dann auch mit dabei haben wirst. Dann habe ich hier was drin. Und zwar von Grace & Stella. The only drama I enjoy is my, is my, is in my lashes Lash Serum. Natural Eyelash Growth Serum. 5ml habe ich hier drin enthalten. Ist ein tierversuchsfreies und veganes Produkt. Steht jedenfalls hier hinten drauf. Und das ist doch schon mal nett. Grace & Stella hatten wir auch öfters schon mal in der Glossy-Box drin enthalten. Da hatten wir auch irgendwie so ein Gesichtsspray mal drin. Ich weiß jetzt hier nicht. Also hier sind super wenig Inhaltsstoffe drin. Da müsste ich... Moment. Nee. Nee, nee, nee. Das dürfte ich tatsächlich jetzt aktuell verwenden. Und du hast hier keine... Und weil... Du hast hier keine Hormone drin enthalten. Vielleicht wäre das gar nicht mal so verkehrt. Ja, mache ich. Weil ich eigentlich jetzt... Ja, eine ganz lange Zeit auch schon auf mein Grandelash verzichtet habe tatsächlich. Weil Hormone drin enthalten sind. Was natürlich auch dafür sorgt, dass du richtig wahrer Ruhm kriegst. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Ich hätte sonst nämlich weitergegeben. Aber... Oh, das ist groß. Nee. So sieht das aus. Also wie so ein übermäßig krass geiler Eyeliner-Nagellack. Das ist dann wahrscheinlich mit einem Pinselchen. So ein Dipfi. Ja. Riecht auch null alkoholisch oder so. Fühlt sich auch gut auf der Haut an. Ja. Ja, da sind halt Inhaltsstoffe drin, die ich aktuell verwenden darf, ne? Also aktuell heißt bei mir in der Schwangerschaft halt. Deswegen finde ich das tatsächlich gut. Natural Eyelash Growth Serum. Ja, natürlich. Sehr geil. Ne? So. Erst skeptisch und dann yay. Hier ist jetzt ein Produkt drin enthalten. Brauchen wir, verwenden wir. Haben wir alle bei uns in der Handtasche wahrscheinlich aktuell auch drin. Weil wegen Corona-Ponies immer noch am Start und Leute. Reißt euch alle zusammen. Ganz uneigennützlich. Denn Mitte November entbinde ich. Und ich habe keine Lust, dass mein Freund nicht mit in den Kreis sein darf. Oh ne. Wenn wir da irgendwie so eine Welle haben. Ne, dann werde ich da auch keine Hausgeburt machen. Das weiß ich halt jetzt schon. Leider. Obwohl alles gefließt ist. Haben wir schon drüber gewitzelt. Aber nein. Ich habe keine Lust, dass wir dann schon wieder so einen Lockdown gedönsen. Boah, ne. Dann kotze ich im Strahl. Wirklich. Das wäre gar nicht so geil. Und deswegen wäre es voll cool, wenn wir alle zusammenreißen würden. Ja. Auf jeden Fall. Habe ich hier ein Produkt von Bubble Tea drin enthalten. Cleansing Handgel. Und ja. Ist halt mit Limonenduft 50ml. Ja. Können wir gut gebrauchen. Brauchen wir auch im Sommer. Ist auch gar nicht so verkehrt. Kannst du natürlich ja auch halt nehmen. Wenn nicht Corona am Start ist. Sondern wenn halt einfach das Leben am Start ist. Ist klar. Trotzdem möchte ich sowas eigentlich ungern in meiner Beautybox drin haben. Bin ich ehrlich. Ich möchte ja zum Beispiel halt auch keine Klopapierrolle oder so drin haben. Obwohl ich die jeden Tag verwende. Weißt du? Sowas halt. Das sind dann halt so die Sachen, die kaufe ich mir lieber selber im Laden, wenn ich sie dann halt selber brauche. Und habe dann lieber ein anderes Produkt in der Box drin enthalten. Dann habe ich hier von Hey Organic Face & Dekolleté Gasool Mask. The Unique. Ach, das musst du irgendwie mit Wasser und anrühren. Und dann machst du es auf Gesicht. Ist auch interessant, ne? 10 Gramm habe ich in diesem Sachet drin enthalten. With Finest Lava Clay. Das soll dann wahrscheinlich halt auch das Gesicht klären. Fresh, Soft and Active. Ja, das hört sich doch schon mal so an, ne? Dass du quasi dann wirklich so ein gereinigtes Gesicht hast. Was schön frisch ist. Und aktiviert dann das ganze Gedöns. Na, das werde ich ausprobieren. Und in so ein Sachet ein bisschen Wasser reinzubrockeln. Kriege ich gerade noch so hin. Finde ich in Ordnung. Und das Parfum habe ich tatsächlich selber da. Dann nehme ich das, was ich da habe in meinen Full Face Beauty Boxen von Juniper Lane. Ist das nämlich dieses Moonflower Parfum. Das ist gar nicht so super günstteuer. Also man kriegt es easy peasy in der Drogerie. Aber ich finde den Duft sehr cool. Also die haben halt auch verschiedene Düfte. Ich habe da, glaube ich, mittlerweile 5 verschiedene von. Und das Moonflower ist halt meiner Meinung nach auch so ein richtig schöner Duft, den du nehmen kannst für den Sommer. Weil das sehr ein... Das ist halt ein sehr... Blumiger Duft. Ein sehr schöner Duft. Ein pudrig, blumiger Duft. Der halt wirklich so eine Leichtigkeit aussprüht. Und ja, deswegen mag ich den gerne leiden. Das ist jetzt nicht so ein wunderschöner, sexy Flacon, muss ich leider sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber irgendwie muss der Preis ja auch ein bisschen günstiger sein. Passt schon 100% natürlichen Ursprungs. Das hast du hier auch noch im Produkt drin. Das finde ich persönlich halt auch sehr, sehr charmant. Und wie gesagt, dann nehme ich meins ins Full Face Beauty Boxen mit rein. Das ist übrigens so ein Format, das filme ich halt einfach einmal im Monat, wo ich halt alle Boxen, Inhalte zusammen mir angucke. Von dekorativer Kosmetik. Was das alle wohl so taugt. Da bin ich nämlich immer sehr, sehr gespannt drauf. Von Planet Revolution. Da kommt das nämlich auch noch mit rein. Jeder Moppet. Ocean Palette. Das finde ich aber gerade sehr überraschend cool. Clean, cruelty free, vegan. Also das ist eine Gesichtspalette mit drei verschiedenen Nuancen. Draußen fliegt ein Flugzeug vorbei. Kann man machen. Ist das schön. Das passt auch jetzt voll zum Sommerthema, oder? Zu meinem Augenlook passt das auch. Weil ich von Rivaldi Loup, diese Aqualimental Edition, die Palette auf den Augen trage. Oh! Wow! Wird ausgetestet. Ganz egal. Im Prinzip sind das drei Highlighter. In verschiedenen Helligkeitsstufen. Wow! Mit sehr viel Glitzer drin. Ähm, das hier kann man natürlich noch als sehr, sehr schimmeriger, äh, wow. Wow! Wow! Ähm, Blush verwenden. Wow! Oh mein Gott. Super cremig. Also da, oh mein Gott. Da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht das halbe Fändchen auf meine, die ganze Zeit, wow, ne, Finger drauf kriege. Und tatsächlich ein bisschen dunkler, der Ton vor allem, als ich gedacht hätte, den finde ich ja mal hammergeil. Und dann gucken wir mal. Oh mein Gott. Das soll quasi dann der Bronzer sein oder eher Bronzer-Topper, ne? Das ist Metall, Leute. Also richtig krasse Pigmentierung. Wow! Kannst auch schon fast als Lidsch abnehmen. Also ich hab's immer noch an den Fingern. Oh mein Gott. Ja. Ja, ja. Ja, krass. Also als Bronzer auf gar keinen Fall für mich, muss ich ehrlich sagen. Blush, ja, kann ich mir vorstellen. Ich brauche einen Tup. Ähm, Hand hoch. Highlighter ist, 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 ist mit Vorsicht zu genießen. Ich komm nicht drauf gleich, sag's euch. Ähm, krass. Wirklich krass. Also ich hab, ernsthaft, als ich dieses Planet Revolution Gedönsen gesehen hab bei Beauty Bay, hab ich mir gedacht, hm, ja, vielleicht mal gucken, weiß ich ja nicht, ne? Das ist dann eher so eine natürliche und weiß man ja nicht, wie die Qualität ist, aber juhu, bis zum Mond und wieder zurück. Das beamt dich ja richtig. Aber halt auch wunderschöne Palette, die wird ausgetestet, Leute. Ne, das machen wir zusammen. Ähm, dann hab ich hier von Earth Harbor Sunstone Hair Revive Elixier Seaweed and Jismine. 31 Milliliter Cruelty-Free und Vegan, das ist cool. Ähm, also Seegras ist Seaweed, glaube ich, ne? Und Jasmin. Also ein Haarsierum. Das passt natürlich jetzt auch zum Sommer, weil du willst ja beinahe Männer haben, ne? Wer nicht? Oh, schönes Haaröl. Würde ich mir jetzt eher in die Länge und Spitzen geben, weil ich hab jetzt tatsächlich auch, wegen Sommer, wegen Schwangerschaft, super trockene Haare. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Jasmin-Duft mag ich gerne leiden. Mensch, ganz schön viele Produkte, die mich wirklich sehr, sehr ansprechen, muss ich sagen. Dann hab ich hier von Spectrum noch ein Produkt drin. Glowful B08 Magic Wand. Also das wird ein Pinsel sein. Ähm, ich hab viele Pinsel von Spectrum, weil ich mir mal diese Surprise-Boxen bestellt habe. Und, äh, oh mein Gott. Oh, so einen schönen hab ich noch nicht. Den kannst du super schön als Highlighter-Pinsel auch nehmen. Jetzt mit den Highlightern auch im Kombi. Oh mein Gott. Oh, ist der schön, ne? Äh, Spectrum-Pinsel bekommt ihr übrigens auch bei Purish. Und da könnt ihr, ja, im Juli auch mit Claudies Welt 15, 15% Rabatt drauf sparen, tatsächlich. Ähm, genau. Und die haben halt einen und denselben Pinsel in super vielen verschiedenen Designs. Und dann hast du halt komplette Pinsel-Sets, die du dann halt hast. Na, richtig geil. Und den dann so als Highlighter-Pinsel. Das ist natürlich Hardcore. Das ist natürlich Hardcore. Finde ich richtig. Und der ist schön. Der ist wirklich schön. Also, finde ich schön. Habe ich gesagt, dass ich den schön finde? Okay. Dann habe ich was. Das finde ich auch klasse. Ja. Lancaster. Sun Beauty. Sublime Tan. Body Milk. 15 ist der Lichtschutzfaktor. Medium Protection. Okay, ist ein bisschen wenig, aber trotzdem. Wir meinen, ist hier ein Lichtschutzfaktor mit drin, ne? Aber was ich hier gerade sagen wollte, was ich so richtig toll finde, es ist Clean and Ocean Friendly. Also, du hast, also wie viel sind hier drin? 50 Milliliter. Du hast super viele Lichtschutzfaktoren, die du dir halt aufträgst, die einen gewissen Inhaltsstoff drin haben, was nicht so ganz so korallenfreundlich ist. Um das mal so auszudrücken, ne? Also, nicht so meeresfreundlich. Und hier ist es wohl dann der Fall, dass es nicht der Fall ist. Nämlich, dass hier Inhaltsstoffe drin sind, die das Meer halt nicht schädigen. Und das finde ich charmant. Finde ich wirklich, wirklich cool. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir das mit drin enthalten haben. Mit Lichtschutzfaktor 15 kann ich persönlich halt nicht viel anfangen, weil ich halt sehr, sehr helle Haut habe. Ich verwende sowas dann ganz einfach als Körperlotion. Also, ne? Cremig damit ein, weil ich den Duft sehr gerne mag. Ich mag auch sehr gerne von Lancaster den Tan Maximizer. Den habe ich auch schon öfters mal in Boxen drin gehabt. Und so. Schönes Produkt. So, und last but not least fehlt uns natürlich noch ein bisschen Pflege für die Lippen. Da hilft uns Wild Rose Beauty Balm von Nils Yard Remilies. One Put Wonder Certified Organic. 15 Gramm. Made in England. Jo. Ein One Put Wonder Beauty Balm. Den kannst du für die Lippen, für raue Stellen, für irgendwo, wenn du so irgendwas nicht schön, wenn du einen Mückenstich hast, den du hier aufgekratzt hast, der aussieht, als hätte dich ein Vampir gebissen. Sieht man das? Da und da, ne? Es sieht aus wie ein Vampirbiss. Manchmal ist die Welt echt crazy, muss ich wirklich sagen. Genau, da kann man das halt drauf geben und so. Ne, finde ich auch sehr praktisch. Echt. Hört ihr die Waschmaschine? Die schnörer gerade hart. Ähm, das ist jetzt hier die Box gewesen. Ach, guck mal. Die Tasche. Und die kannst du wirklich toll weiterverwenden. Weil jetzt ist es halt so, dass man die halt so ausgeklappt gut verwenden kann, weil sie jetzt leer ist, ne? Aber da geht gut was rein. Und dann hast du hier noch einen Reißverschluss, wo du noch was Kleines mit reinpacken kannst. Also wirklich eine 1A Travel Bag. Das mag ich gerne. Und hier hast du dann auch noch die Option, kann ich das zeigen, hier so. Ähm, dass du da so Pinsel und, äh, also so Laschen sind das ja quasi, ne? Mein Finger ist so dick. Ihr guckt nicht unten raus. Da ein kleines bisschen, seht ihr das? Ähm, genau. Da habt ihr drei Laschen, da könnt ihr dann Pinsel reinpacken oder eine Mascara oder einen Concealer oder so, ne? Mag ich gerne, Leute. Die finde ich echt schön. Und die ist halt auch dick, so ein bisschen Neoprenstoff mäßig. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Hier steht jetzt keine Waschanleitung oder sowas mit rein. Doch, warte. Hier in dem Fee war doch was mit drin. Ja, Made in China steht da drauf. Okay. Äh, bei 30 Grad kannst du die waschen, siehste. Weil wie oft läuft doch mal was aus? Muss man halt auch bedenken. This is not a toy. Ja, ist auch irgendwie verständlich, ne? Jausen. Leute, das war jetzt die Summer Bag und ich finde die cool. Ähm, wenn man bedenkt, man zahlt dann für, also wenn das so ist, dass man für diese Bag 35 Euro bezahlt, beziehungsweise 40 Euro. Ist das vollkommen in Ordnung oder was meint ihr? Schreibt es gerne mal. Also wir haben hier einen Mix aus Drogerie und High-End Produkten mit drin. Wir haben eine Kopf- bis Fußpflege. Wir haben dekorative Kosmetik mit dabei. Sehr, sehr interessante Produkte und schöne Produkte. Ähm, Sachen, die halt auch wirklich so zum Sommer vom Design her passen. Also mir gefällt die Summer Bag tatsächlich auch um Längen besser als letztes Jahr. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann war es das auch hier von mir und meinem Video. Ihr Lieben, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!